Hände hoch! Schön brav sein. Ziemlich schwer bewaffnet, um ein paar Überstunden zu machen, nicht wahr, Baff? Sie sind ein Nah-Englisch. Sie kommen hier niemals lebend raus. Sparen Sie sich Ihren Atem für mein Verhör. Von mir erfahren Sie gar nichts. Das sehe ich anders. Sodium Pentatol. Ich würde Sie nicht anlegen. Was ist denn Wahrheitsserum? Ah! Also gut. Wieso will Sauvage sich unbedingt krönen lassen? Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht, nicht wahr? Das wäre komisch, wenn ich so verwöhne. Was? Er redet wir, Sir. Ja, das kann ich hören, Baff. Er ist zusammengebrochen, Sir. Ja, das kann ich sehen, Baff. Haben Sie die Injektion vielleicht verwechselt, Sir? Wie meinen Sie das? Vielleicht hat die Wache das Wahrheitsserum und er das Muskelmittel gekriegt. Ach, das ist wirklich lächerlich, Baff. Ich kann doch links von rechts unterscheiden. Sir? Baff, übernehmen Sie das, Klatsch. Ich soll was übernehmen, Sir? Klatsch. Klatsch. Ich glaube, ich habe das letzte Wort nicht verstärkt. Klatsch. Schreiben Sie es hin, Sir. Klatsch! Ja, 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 danke. Klatsch. Oh, äh, klatschen. Sie meinen klatschen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt zu klatschen, Sir. Keine Bewegung! Was ist mit denen los? Die haben... Das sage ich nicht. Falsche Antwort. Was ist nur los mit euch beiden? Danke. Nichts wie raus hier. Entschuldigung, aber wer sind sie eigentlich? Special Agent Campbell, ich arbeite für Interpol Paris. Wir beobachten Sauvage schon seit Monaten. Wieso? Weil jeder Schwerverbrecher, der in den letzten sechs Monaten aus einem Sauvage-Gefängnis entlassen wurde, bei ihm wieder eingestellt wurde. Wir glauben, er rekrutiert sie für ein ziemlich großes Ding. Um was es genau geht, wissen wir noch nicht. Prägerlust. Was hat er gesagt? Prägerlust. Wir müssen das Prägerlust melken. Oh nein, Sir, nein, 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 nein. Wie kommen wir hier nur raus? Hände hoch. Was ihr mit mir gemacht habt, hat echt wehgetan. Ja, tut uns wirklich leid. Wie kommt man hier raus, ohne gesehen zu werden? Okay. Links am Trinkbrunnen vorbei, beim Notausgang rechts und dann geradeaus zu den Fahrstühlen. Danke sehr. Oh mein Gott. Da, der Barsch. Da, Herr Klatsch. Sir, Sie können in diesem Zustand nicht auf Sauvages Empfang gehen. Die Wirkung der Droge ist praktisch verflogen, Woff. Es gibt mir Blähl. Blähl. Er wird Blähbläh. Er wird Blähl. Möschten Sie noch einen? Bitte. Ein bisschen. Was in Gottes Namen? Oh, die Außenminister, liebe Lüben.